Ich war heute bei den VR-Classics in Neumünster und habe dort die Weltcup-Cur geritten. Es war eine gigantische Atmosphäre. Schon während des Ritts hatte ich das Gefühl, dass alle so ein bisschen mitwippten. Ich guckte immer ab und zu so rüber und dachte, die haben genauso viel Spaß wie ich hier gerade. Dann kam der Applaus. Franziskus hat es auch genossen. Das war überwältigend. Mein Plan ist auf jeden Fall, nach Omaha zu fliegen. Das wäre wirklich mein Traum. Das ist jetzt meine erste Weltcup-Saison mit Franziskus. Wenn ich das schaffen würde, wäre es natürlich wirklich irre. Für das FBI-Worldcup-Finale in Omaha sieht die Rangierung so aus, dass das als Titelverteidigerin Jessica von Bredow-Werndl gesetzt ist. Isabel Wert führt im Moment die Liga an. Dann Ingrid Klimke, die auch nochmal Punkte verbessern kann hier in Neumünster. Und dann Benjamin Werndl. Wenn ich was wünschen darf, dann sind es die ersten drei Plätze. Bis zum nächsten Mal. ッ